Also ziehen wir es tatsächlich durch. Wir besteigen wirklich den Mount Everest. Warum machst du dabei mit? Wenn wir es bis zum Gipfel schaffen, kann ich dort pinkeln. Und dann gehört er mir. Die Regel besagt, die höchste Pisse gewinnt. Ich glaub's nicht. Wir haben's geschafft. Wir haben den Mount Everest bestiegen. Ist das nicht umwerfend, Brian? Man sieht bis hin und... Oh, die Pinkelgeschichte. Klar. Auch wenn ich den Sinn nicht verstehe, wie sollen das hier oben andere Hunde riechen können? Glaub es, Tui, sie riechen es. Sie werden wissen, dass die Welt jetzt mir gehört. Fick die Henne.